Es sieht hier alles aus wie ein Paradies für einen Computerspiel-Freak. Es ist aber eigentlich ein Tick ernster, oder? Das stimmt. Wir freuen uns natürlich, wenn die Leute, die unser Produkt nutzen, auch Spaß daran haben. Es ist allerdings kein Computerspiel, auch wenn die Grafik natürlich sehr, sehr gut ist. Das ist ein Trainingsgerät. Wir wollen Fahrer, zukünftige Maschinenführer ausbilden und sicher und ohne zum Beispiel wetterabhängig zu sein an die Maschinen heranführen. Denn Maschinen zu führen bedeutet ja auch immer eine Form von Verantwortung.